Als ich aus England kam im Oktober letztes Jahr, ich habe da schon erwähnt gehabt, dass ich eine Begegnung hatte in meinem Hotelzimmer dort. Und ich möchte das schnell sagen. Manchmal ist es so, dass wenn du in eine bestimmte Region gehst, als Kind Gottes fängt dann Gott plötzlich an, dir Dinge zu offenbaren. Und London ist so eine Stadt, wo das öfter passiert. Weil der Dienst in der Schweiz hat begonnen durch eine Offenbarung, die ich in London bekommen habe. Ich denke, dieses Zeugnis steht auch in einem meiner Bücher. Als ich in London war letztes Jahr, Ende Oktober, da hat der Herr mir gesagt, wenn ich zurückgehe in die Schweiz, im Oktober, da sollte ich dann nicht mehr reisen. Ich soll alle Reisen absagen. Der Grund, den er mir gegeben hat dafür, ist, dass der Winter, der uns nun bevorsteht, dass es ein sehr schwerer Winter sein wird und voller Sorgen sein wird. Und aus diesem Grund sollte ich nun beten und dann auch Menschen dazu ermutigen, mich zu beten und dass wir beten sollten wie nie zuvor für diesen Winter. Und als ich zurückkam, da habe ich das angekündigt. Und ich kam zurück und habe genau das dann auch niedergeschrieben in unserem prophetischen Fokus im November. November 2019. Und folgendes haben wir ganz genau aufgeschrieben in diesem prophetischen Fokus. Lass uns achtsam sein in diesem Winter, weil ich sehe eine Sorge und eine Schwere, die auf uns kommen wird in diesem Winter. Und das ist das Wort, was der Herr mir gegeben hat. Und ich habe es geteilt. Und dann im Dezember, ganz besonders für unsere Crossover-Nacht, da habe ich das Wort wiederholt und ich habe uns ermutigt, dass wir vorausschauen, weil Ende Januar, da hörte ich, wie der Herr sagt, die Schwere wird stärker werden und es wird weiterhin Schwere da sein. Und erinnere dich an dieses Wort, dass es Sorgen bewirken wird. Das ist das wichtige Wort dort. Und ich habe es nochmal wiederholt. Und dann am 31. Crossover-Nacht, da habe ich das noch weiter ausgeführt. Und ich habe da gesagt, Gott sagte mir, dass wir, okay, let me use exactly what we wrote outside there. We say, in the medical field, I see something like a scandal, that we resolve in health problems and complications. Da habe ich gesagt, ich sehe etwas wie ein, im medizinischen Feld oder Bereich, sehe ich so etwas wie einen Skandal, der gesundheitliche Probleme und Komplikationen auslösen wird. Im medizinischen Bereich, I see something like a scandal, that we resort in health problems der dazu führen wird, dass es gesundheitliche Probleme gibt und Komplikationen. Ist es nicht, was wir gerade erleben? Ist es nicht das? Und schau. Und dann habe ich es noch spezifiziert auf die Schweiz und ich habe gesagt, ich höre, dass es kein, dass wir uns nicht sorgen sollen, in den nächsten Jahren um die Schweizer Wirtschaft, denn sie wird stärker wegen guten Möglichkeiten, Investitionen zu leisten, die kommen in diesem Jahr und darüber hinaus. Do you realize that even today, because of the coronavirus, many nations are worrying about the economy of their country? Habt ihr gemerkt, dass so heute, so wie wir heute stehen, dass viele sich Sorgen machen um die Wirtschaft ihres Landes? Wie viele von euch wissen das? Viele Nationen sind besorgt. Gott wusste das alles und er führt uns Schritt für Schritt, sodass wir fokussiert bleiben als seine Kinder. Und dann ging es weiter im Februar. Ich zeige euch nur auf, wie Gott uns vorbereitet hat. Weil manche von uns, als wir diesen prophetischen Fokus bekamen, wir haben das einfach so weggelegt und das war's. Aber es sollte uns anleiten. Es war zum Gebet gedacht. Sag jemand Amen. Im Februar, Da habe ich weitere Dinge im Geist aufgehört. Und one of them I said, this month is a month of drawing closer to God like never before. Da habe ich gesagt, dieser Monat ist ein Monat, wo wir näher zu Gott kommen sollen wie nie zuvor. For I see spiritual shaking Denn ich sehe eine geistliche Erschütterung in der Atmosphäre, die bewirkt, dass Menschen Gott suchen. So let us pray, that we don't have to wait to see bad things happening before we run to God. Dass wir nicht warten müssen, erst bis schlimme Dinge passieren, bis wir endlich zu Gott laufen oder damit wir zu Gott laufen. Ich kann euch sagen, als ich zurückkam oder als wir uns fertig machten, zurückzukommen in die Schweiz nach unserer Mission in Afrika, da war ich wirklich erstaunt zu sehen, wie die Menschen voller Panik sind. Weil bevor wir von der Schweiz da war alles ziemlich okay. Wir haben für China einfach gebetet. Wer erinnert sich daran? Hey Gott, hilf China! Hey, lass den Coronavirus nicht zu viele Menschen töten! Und dann bin ich verreist nach Afrika. Und dann komme ich zurück. Oh, Coronavirus ist hier! Oh, Coronavirus ist hier! Oh, Coronavirus ist hier! Oh, Coronavirus ist hier! Und alle voller Panik! Geistliche Erschütterung! Geistliche Erschütterung! Geistliche Erschütterung! Hört mich jemand? Gott hat diese prophetische Gemeinde geführt! Er hat uns geführt! Schritt für Schritt! Uns vorzubereiten! Auf so eine Zeit wie diese! Und schau, das prophetische Wort, was wir dann im März rausgegeben haben! Der Herr sagte uns that it will be a year of prophetic manifestation of our declarations. So this was one of the words the Lord gave to us for the year. So we repeated it and then we had Therefore let us pray for positive declarations for positive Erklärungen on each other and on our situations and bear in mind when we release this prophetic word when we release this prophetic word I didn't know what was happening in Switzerland I didn't know what was happening in Switzerland I just came back I came back und dann sah ich wie sich alles so verändert hatte Pastor, warum sagst du uns das alles? Um deinen Glauben zu stärken in dieser Zeit damit du weißt Gott ist nicht tot er lebt er kennt den Anfang äh das Ende vorm Anfang er weiß was vor uns kommt er hat uns vorbereitet auf das was kommt also gibt es wir sollten uns keine Sorgen machen oder Angst haben es gibt keine Erschütterung weil er weil er der das vorausgesehen hat er ist fähig dich und mich zu beschützen vor jedem Übel in Jesu Namen sagt jemand Amen ich möchte ich möchte dass du fokussiert bist und dass du dies als eine Möglichkeit siehst eine Gelegenheit Seelen zu gewinnen Menschen ins Königreich zu führen sieh das als eine Gelegenheit Menschen wissen zu lassen wenn ihre Hoffnung weg ist dienen wir einem Hoffnungsgebenden und sein Name ist Jesus er verändert sich nie er ist derselbe gestern er ist derselbe heute er ist derselbe für immer mehr er ist ein Befreier er ist ein Beschützer er ist der der über unser Leben wacht und es gibt keinen Grund alarmiert zu sein Halleluja 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 This is a word of a prophet Amen This is a word of a prophet and I speak into your life this very day genau heute and I say we come against the spirit of fear und ich sage ich komme an gegen diesen Geist der Angst und erinnere dich Gott hat uns gesagt in diesem Winter dieser Winter wird sterren und es wird der wird mit Sorgen kommen in der Atmosphäre aber kann ich prophezeien kann ich prophezeien ohne dich ohne deine Familie ohne dich und deine Kinder ohne dich und dein Arbeitsplatz in Jesu Namen wir lehnen es ab uns einschüchtern zu lassen vom Reich der Dunkelheit denn wir dehnen einem lebendigen Gott sag jemand Amen deshalb da ist ein Maßstab wie wir euch anleiten möchten durch diese Zeit hindurch wir möchten euch da durchführen durch diese Zeit und so wie ihr diesem Prophet Gottes zuhört Stück für Stück so möchte Gott uns weiter Sieg schenken ich möchte noch was sagen über den Coronavirus auch der wird einmal vorüber gehen ihr habt nicht gehört was ich gesagt habe der Coronavirus wird nicht bleiben auch dieser wird vorüber gehen es ist nur eine Frage der Zeit und deshalb müssen wir alle unsere Augen auf Gott richten in einer solchen Zeit wie dieser und nicht auf all die Informationen zu schauen die ständig überall sind weil wenn du immer nur in den Nachrichten bleibst wirst du so eingeschüchtert wirst du so eingeschüchtert dass du nicht mehr fühlst wie ich mehr rausgehe bevor du dich durch die Regierung in Quarantäne steckst du dich schon selber in Quarantäne steckt tust du dich schon selber in Quarantäne also hab's nicht eilig dich zu früh in Quarantäne zu beginnen also komm weiter in die Gemeinde bring andere Leute mit in die Gemeinde und schau realistisch betrachtet wir hören natürlich auch die Anweisungen der Regierung hört ihr das? wir hören ganz genau was die Regierung uns für Anweisungen gibt und wir halten uns an die Anweisungen der Regierung lass uns aber Angst nicht erlauben dass sie auf uns kommt sodass wir uns schon in Gebundenheit begeben obwohl die Regierung überhaupt keine Begrenzung angegeben hat sagt jemand Amen also was ist die Anweisung der Regierung wieder wasch deine Hände ständig desinfiziere deine Hände ständig und geh nicht an Regionen und Orte wo du weißt dass dort der Coronavirus unkontrolliert ausgebrochen ist hör mir zu die Anweisung der Regierung die Anweisung der Regierung bedeutet auch dass wenn du Symptome von dieser Krankheit hast wenn du eine Grippe hast zu viel Husten musst mehr als zuvor oder anders wenn du dir unsicher bist dann lass dich untersuchen und wenn du positiv getestet wurdest und wenn du positiv getestet wurdest dann bleib zu Hause ruf das Gemeindebüro an informiere uns und dass wir mit dir uns eins machen können im Gebet Amen und wenn sich dann etwas verändert dann werden wir auch unser Bestes tun dich zu informieren über den neuen Maßstab die neuen Regeln aber für jetzt was den Kanton Bern anbetrifft wir dürfen Gottesdienste weiter haben also lass uns weiter zusammenkommen und Gott hat die Situation unter Kontrolle sagt jemand Amen Lass uns also weiter beten Amen 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 Amen